Moins ist Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und in diesem Video möchte ich über Schall bzw. Tartaklio gehen und seine optimalen Artefakte und Waffen, um das Ganze einmal durchzugehen, wie ich ihn persönlich am Ende spiele, wie ich ihn beim liebsten spielen möchte, aber versuche ich euch auch ein, zwei Optionen zu geben in den Artefakten als auch in den Waffen und im Spielstil, was ihn anbelangt. Wenn euch das Video am Ende gefällt, freue ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben, morgen kommt ein gleiches Video zu der Diona, das heißt die neue 4star Healerin, die es ja gibt, die relativ viele von euch, denke ich, auch eher gezogen haben als den Child, aber trotzdem, wenn euch das interessiert, wie ich ihn spiele, freue ich mich immer sehr darüber, wenn ihr bis zum Ende des Videos auf jeden Fall dran bleibt. Also, wenn wir hier auf ihn drauf schauen und auf den Spielstil, den man mit ihm so ein bisschen beachten sollte, dann sehen wir direkt, wenn wir aus seinen Talente gucken, er hat einen Standardangriff, er hat eine elementare Fähigkeit, bei dem er nur die eigene Form wechselt, in der er Hydro-Schaden macht, aber er macht quasi weiter Standardangriffe, also ihr habt hier keine echte elementare Fähigkeit, dadurch, dass ihr quasi weiter Standardangriffe raushaut, das heißt, ihr hört quasi schon, man sollte versuchen, seine Standardangriffe zu boosten, allerdings sind die nach der elementaren Fähigkeit Hydro-Damage und hier sind sie physischer Damage, also ihr könnt nicht, nicht irgendwie den physischen Damage boosten, denn damit würde euch hier sehr, 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 sehr viel Damage auf der elementaren Fähigkeit verloren gehen und er hat eine Spezialfähigkeit, die einfach auch nochmal großen Schaden raushauen kann, das heißt, wenn wir auf den Multiplayer drauf schauen, auf Stufe 6, hätten wir hier 650% in der einen, beziehungsweise 530% in der anderen Form und gerade mal eine Abklingzeit von 15 Sekunden bei 60 Elementarenergie bedeutet, die kann man auch sehr gut raushauen, damit haut man dann halt alle 5 Sekunden, beziehungsweise alle 15 Sekunden, wenn man das gut hinkriegt, hier eine, ja, sehr, sehr starke Ult raus, plus, dass wenn ihr darauf achtet, das Ganze in dem Fernkampfmodus zu benutzen, ihr natürlich zwar hier 120% weniger Damage macht, aber dafür schon ein Drittel eurer Ulti wieder fertig gerusht hat für die nächste Ulti, bedeutet, ihr macht das im Fernkampf, kriegt hier 20 Punkte von den 60 benötigten zurück und braucht nur 40 Punkte für die nächste Ulti und könnt zwar so weniger Schaden insgesamt machen, aber dafür hoffentlich sie häufiger rushen eure Ulti und häufiger einsetzen, das ist so der Gedanke dahinter, sie zu benutzen, während ihr gerade mit dem Bogen kämpft und nicht, während ihr mit der Lanze mit ihm kämpft. Wenn wir dann also auf die Artefakte hinschauen, sehen wir, wie gesagt, direkt viele Standardangriffe, bedeutet, was viele hier bevorzugt haben bei den Artefakten, gerade auch zu Beginn, war, wie hieß das Artefakt, das Kampfkünstlerset, das sehen wir hier gerade, das boostet nämlich bei einem 2-Teil-Set die Standardangriffe, was für ihn, wie gesagt, sehr wertvoll ist und bei einem 4-Teil-Set halt auch, also hier geht es einfach nur darum, die Standardangriffe so stark wie möglich zu boosten, was auch verständlich ist, dass man das machen möchte und was auch sinnvoll wäre und was ich auch bevorzugen würde, würde es das mit 5 Sternen geben, allerdings ist das Kampfkünstlerset auf 4 Sterne begrenzt. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, das Kampfkünstlerset ist nicht das Set, was ich am Ende benutzen möchte, ich möchte ein 5-Sterne-Artefakt, einfach nur, weil es bessere Mainstats geben kann, als auch bei den Substats, die Unterschiede enorm sind, da theoretisch hier Forster-Artefakte bei maximal 3 Substats starten, 5-Sterne-Artefakte starten bei maximal 4, also habt ihr da schon mal einen Wert mehr, plus das, wenn wir schon mit 4 Werten starten, wir hier einen Boost nochmal einmal mehr verbessern können, wenn wir das Artefakt von plus 16 auf plus 20 bringen, also insgesamt, wie gesagt, einfach viel bessere Substats, viel bessere Mainstats und alleine das gleicht für mich hier schon das Kampfkünstlerset gefühlt aus und wenn wir dann dazu noch einen Set-Bonus von irgendeinem anderen Artefakteset kriegen, dann ist das für mich das Argument, wo ich sage, okay, ich nehme die 5-Sterne-Artefakte. Wenn ihr allerdings noch im Early-Game seid, ist das Kampfkünstlerset definitiv verständlich. Ich werde euch ja jetzt hier im Verlauf des Videos nochmal meine Artefakte zeigen, was ich bevorzuge, wenn ihr das Ganze in Action sehen wollt, würde ich heute Abend wieder streamen auf twitch.tv slash sonius94 und ich werde heute im Stream glücklicherweise ein paar Subs verschenken können. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen, über die Werbung kriege ich natürlich ein paar Einnahmen und von den Einnahmen möchte ich direkt etwas an euch zurückgeben und ich habe überlegt, was machst du? Machst du ein Gewinnspiel, das du auf YouTube, Instagram, Twitch verteilen kannst oder ähnliches oder gibst du einfach den Leuten in dem Stream etwas zurück? Dadurch, dass die Werbung heute auf Stream sein wird, werde ich auch im Stream Subs an euch, an die Community verschenken. Von daher, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sowieso regelmäßig dabei seid, heute würde ich euch sehr empfehlen, dabei zu sein. Einfach nur, damit ich halt die Subs auch wieder an euch zurückschenken kann. Und ja, ich freue mich sehr darauf und hoffe, viele von euch heute Abend im Stream zu sehen. Weitergeschaut auf die Artefakte möchte ich, wie gesagt, die 4-Star-Artefakte vermeiden. Also geht es für mich eher daran, 5-Star-Artefakte zu finden. Und ihr habt es vielleicht gerade bei mir schon gesehen, ich benutze daher das alte Hofritual. Mit dem alten Hofritual boosten wir unsere Spezialfähigkeit im ersten Moment, also die ultimative Fähigkeit, wo ich ja schon gesagt habe, wenn ihr sie im Schussmodus benutzt, also im Bogenmodus, spart ihr euch ein Drittel des nächsten Ultrushes und können sie so hoffentlich relativ regelmäßig raushauen. Und der Cooldown von der ultimativen Fähigkeit war 15 Sekunden. Und wenn ihr hier das 4-Teile-Setup von ihm, dann kriegt ihr quasi nochmal hier 12 Sekunden langen Damage-Boost, nachdem ihr eure Spezialfähigkeit eingesetzt habt. Also macht ihr einfach overall mehr Damage und macht halt viel mehr Damage mit eurer Ulti. Und insgesamt basiert das dann halt sehr stark darauf, die Ulti hinzukriegen, so einzusetzen, Damage zu machen, die Ulti nochmal hinzukriegen, einzusetzen, Damage zu machen und so weiter und so fort. Das ist quasi das Ziel hinter diesem Bild. Wenn ich also persönlich auch mit ihm spiele, bin ich meistens nicht hier, nachdem ich die elementare Fähigkeit benutzt habe, sehr lange in diesem Modus, das erhöht ja auch nur die Uplinkzeit des Modus. Bedeutet, ich versuche eher ein paar Angriffe in der elementaren Fähigkeit rauszuhauen, versuche rauszuswitchen, versuche ein paar andere elementare Reaktionen auszulösen, wieder zurück auf ihn zu gehen und dann hoffentlich wieder die elementare Fähigkeit einsetzen zu können und so halt nebenher den Spezialangriff durch die ganzen Elementarreaktionen, beziehungsweise durch die ganzen elementaren Effekte einfach nebenher zu rushen. Das wäre so quasi das Ziel hinter dem oder hinter meinem Spielstil und wenn wir dann auf die Artefakte selbst schauen, ist es aufgrund einer seiner Talente sehr wertvoll, die kritische Trefferschance, ja, ich sag mal, gut zu boosten, dadurch, dass mit Standardangriffen, die einen kritischen Treffer auslösen, ihr einfach die Markierung auf den Gegner setzt und die Markierung ist die, die dafür zuständig ist, dass ihr Wasser-Ao-E-Damage macht. Bedeutet, wenn ihr ihn spielt, sagen viele, der macht bei mir irgendwie kein Damage, ihr müsst halt versuchen, seinen kritischen Treffer zu boosten, müsst versuchen, alle Gegner zu markieren, so möglichst viele Markierungen auszulösen und dann halt sehr viel Ao-E-Damage zu machen, dadurch machen sie die ganze Zeit gegenseitig Damage und das macht halt den großen Boom und wir haben einen riesen Amount an Damage, wenn wir viele Gegner markiert haben und einfach viel, 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 viel Ao-E-Damage insgesamt auslösen können. Natürlich, es gibt auch Builds gegen einzelne Gegner, aber ich konzentriere mich hier eher auf die Gegnermassen als auf die einzelnen Elite-Boss oder ähnliches. Wenn wir uns also auf die kritische Treffer-Chance konzentrieren müssen, damit hier sein passives Talent ordentlich funktioniert, habe ich auf den Main-Stat kritische Treffer-Chance gegeben. Wenn ihr über die Waffe bereits eine kritische Treffer-Chance habt, ist es wahrscheinlich hier unnötig, auch noch kritische Treffer-Chance über das Headpiece rauszuholen. Ihr könnt ja eh maximal 80% kritische Treffer-Chance haben und er klingt ein bisschen was durch seine Awakening sowieso obendrauf, aber das ist da quasi der Main-Stat, auf den ich mich hier konzentriert habe. Der Main-Stat, auf den ich mich hier konzentriere, hier ist ganz klar der Hydro-Schaden-Bonus, die ultimative Fähigkeit ist Hydro-Schaden, nach Einsätzen seiner elementaren Fähigkeit machen wir Hydro-Schaden und ich versuche den physischen Schaden einfach komplett zu meinen und immer bei irgendeinem anderen Helden gerade zu sein, während ich gerade im Bogen-Modus bin, außer ich möchte die ultimative Fähigkeit rausholen. Hier Standardangriff, beziehungsweise standardmäßig habe ich auf der Uhr den Angriff erhöht, dann hier wie gesagt, das sind Angriff und IP, da können wir nicht viel dran ändern. Spannender werden dann allerdings schon die Sub-Stats und ich habe auf jeden Fall noch nicht optimale Artefakte. Schaut euch das also nicht zu 100% ab, was ihr hier seht, sondern eher, was ich euch empfehle und meine Empfehlung ist zum einen kritische Treffer-Chance als auch natürlich kritischer Schaden. Also wenn ihr hier genug kritische Treffer-Chance habt, würde ich auf den Main-Stat auf kritischer Schaden gehen. Dadurch, dass ihr sowieso bei 80% kritischer Treffer-Chance seid, kann sich hier sehr hoher kritischer Schaden nebenher natürlich auch für euch lohnen. Das zweite, worauf ich mich konzentrieren würde, ist Angriff-Prozentual als auch vielleicht Angriff-Flat, aber das finde ich noch nicht ganz so wichtig. Und ich habe ja gesagt, mit dem alten Hof-Ritual geht es darum, die Old zu rushen, also ist für mich sehr, 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 sehr wichtig, dass ich Aufladerate in den Sub-Stats von meinen Helden habe und zu guter Letzt könnt ihr je nach dem Bild, den ihr baut, ich werde auch gleich noch ein bisschen auf was anderes eingehen, die Elementarkunde pushen, die könnte für euch auch sehr wichtig sein, wenn ihr quasi versucht, maximal oder einen sehr hohen Einzel-Lamage mit eurem Helden rauszuholen. Aber für mich ging es halt nicht um den sehr hohen Einzel-Damage, sondern insgesamt den Damage, also ist für mich quasi Angriff-Lad ein bisschen wichtiger als Elementarkunde, aber Elementarkunde wäre genauso gut. LP hier ist natürlich sehr traurig und wenn wir drauf gucken, dann sehen wir halt auch das Muster, Angriff-Prozent, Aufladerate, kritische Trefferschance, wieder die LP, die falsch ist und jetzt wird es halt nach und nach ein bisschen schlechter. Hier habe ich nur noch Angriff, Aufladerate, Elementarkunde und wieder die LP, also ich habe sehr viel LP, hier wieder LP, LP, Elementarkunde, Angriff. Also ihr seht schon, ich muss hier noch viel farmen und diese ganzen LP-Boni hier, also auch zweimal LP drin, das muss alles raus, all diese LP-Boni, das bedeutet noch sehr, 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 sehr viel Artefakte-Farming für mich, aber dadurch komme ich einfach gerade auf 22.000 LP mit ihm und nur ungefähr auf 1.700 Angriff dazu im Verhältnis. Also es geht auf jeden Fall noch einiges, ich bin bei 110 Elementarkunde und persönlich bei gerade mal 50% kritischer Trefferschance und gerade mal 70% kritischen Schaden, das muss ich noch am meisten boosten und da muss quasi aktuell der größte Fokus für mich drauf liegen. Bei den Waffen wird schon so ein bisschen mehr darüber diskutiert, was gut sein könnte, was schlecht sein könnte, was das beste oder die optimalste Waffe für den Tartagli ist. Ich persönlich habe mich für den rostigen Bogen entschieden, werde aber gleich auch noch auf die anderen Waffen ein bisschen eingehen, denn der rostige Bogen boostet sein Damage einfach overall enorm. Wir haben ja sowohl als Base-Stat hier den Angriff, wir haben als Sub-Stat hier den Angriff, der prozentual nochmal erweitert wird und wir haben über den Verfeinerungsgrad beziehungsweise über die passive Fähigkeit, dass der Standardangriff nochmal um 40% auf Verfeinerungsgrad 1 geboostet wird und das geht hoch bis zu, ich glaube 90%, also quasi ein ganz, 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 ganz krasser Boost, den er hier alleine durch die passive Fähigkeit kriegt mit seinen Standardangriffen. Natürlich, das fokussiert sich jetzt nicht auf den Ult-Damage, der sich ja dadurch erhöht, dass wir das alte Hof-Ritual benutzen, aber quasi auf die elementaren Angriffe, die danach rausgehauen werden, also sobald ich eh eingesetzt habe und dann die ganzen Standardangriffe Slash, 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 die werden alle hier durchgeboostet durch den rostigen Bogen. Eine andere sehr, sehr geile Waffe, die aber auch nicht Free-to-Play-friendly ist, ist die 5-Star-Waffe, die gerade im Rate-Up ist, im Waffen-Banner, die boostet nämlich sowohl die kritische Trefferschance als auch den kritischen Schaden, plus, dass sie eine 5-Star-Waffe ist statt eine 4-Star-Waffe, bedeutet allein schon, der Basisangriff ist standardmäßig um, ich glaube, 100, 150 oder sowas höher, dadurch, dass es eine 5-Star-Waffe ist und bedeutet, alleine das bringt schon einen enormen Damage-Boost im Vergleich zu zum Beispiel dem rostigen Bogen und ihr müsst halt nicht mehr so viel Fokus auf kritische Trefferschance und kritischer Schaden in euren Substance legen, aber trotzdem würde ich sagen, es ist wichtig, sehr viel kritische Trefferschance und sehr viel kritischen Schaden zu haben, aber insgesamt wären das quasi die 2 Waffen, die man benutzt, um sein Damage enorm zu erhöhen, was diesen Standardangriff-Stil geht, den ich fahre, das heißt, ich fahre ja, dass ich sehr viele Standardangriffe mache und das würde ich mit den Waffen sehr gut boosten, wenn ihr schon eher Richtung Free-to-Play gehen wollt, könntet ihr auch hier die Steinschleuder nehmen, denn die erhöht ja auch die kritische Trefferschance, genauso wie die eben erwähnte 5-Star-Waffe und die kritische Trefferschance ist sehr wichtig auf ihn, das heißt, das ist eher eine Free-to-Play-friendly Waffe und bei dem Verfeinerungsgrad beziehungsweise bei der passiven Fähigkeit werden hier auch Standardangriffe um bis zu 54% geboostet, zwar auch zwischendurch um 10% geschwächt, aber overall macht das auf jeden Fall mehr Bonus-Damage als Verringerung des Damage und deswegen ist das hier eine Waffe, die man definitiv auch spielen könnte auf den Scheil, wenn man dazu Bock hätte. Es gibt aber, habe ich ja gerade gesagt, noch eine zweite Möglichkeit, Scheil zu spielen und die geht darum, möglichst hohen Single-Target-Damage enorm des Todes rauszuhauen und das ist hier der Seelenlose, der die Elementarkunde noch weiter boostet und über die passive Fähigkeit die Elementarfähigkeiten und die Spezialfähigkeiten noch weiter erhöht vom Damage und man geht quasi hier, wenn man jetzt mit ihm spielen möchte, darauf zu sagen, man versucht mit der ultimativen Fähigkeit einen Schlag rauszuhauen, der so stark ist wie möglich. Bedeutet, man macht einfach ein Elementar, beziehungsweise ein Element auf den Gegner und ballert dann seine ultimativen Fähigkeit auf das Element drauf, hat eine Elementare Reaktion, macht sehr viel Damage, das ist das Standard-Ding, dazu könnte ich auch mal ein Video machen, wie man so den Damage standardmäßig maximiert mit einem Angriff, falls ihr daran Interesse habt, aber eigentlich geht es darum, dass wenn ihr Bennett habt und an Nemo-Char, gerade die Sacharose, setzt ihr einfach eine Bennett-Ult ein, setzt eine Sacharose-Fähigkeit ein, ballert dann eure Elementare Reaktion raus und schwupp, ihr macht einen enormen Damage, das ist quasi das, was da, ja ich sag mal, hinter steht, aber das wäre auch eine Waffe, die man benutzen kann, der Sehnlose, wenn ihr viele Elementare Reaktionen habt, definitiv auch eine Waffe, die den Scheid sehr freut, aber für mich ist es, wie gesagt, der rostige Bogen am Ende gewonnen, den ich hier auch sehr, 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 sehr feiere persönlich. Und einfach nur, damit ihr es einmal gesehen habt, hier ein Raum auf dem Dingsmith, zwar nur drei Gegner mit Spiral Beasts, aber ihr seht da auf jeden Fall Big Numbers, die da rausgehauen werden und nach und nach verrecken halt die Gegner hier in der Kombination aus dem Anemo-Damage und Scheid und das sind jetzt, wie gesagt, nur drei Gegner, bedeutet, ich markiere hier den Gegner, sobald ich jetzt einmal einen kritischen Treffer mache und der macht halt jetzt jedes Mal diesen Water Splash, der um ihn herum geht, der sich halt erst lohnt, sobald hier mehrere Gegner sind, wie hier zum Beispiel, bedeutet, zwei Gegner waren gerade vor mir und sobald ich beide treffe, während beide markiert sind, machen beide den AOE-Damage und machen jeweils nochmal Damage auf den jeweils anderen Gegner, was halt extrem cool ist und das wäre dann quasi erst die wertvolle Kombo, mit der man hier viel Damage mit dem guten alten Scheid machen kann. Also ihr seht, jetzt habe ich quasi schon dadurch verhauen, dass ich einfach den Scheid komplett bis zum Ende habe kommen lassen, aber zu einem Damage-Showcase sollte das glaube ich reichen. Ich zeige jetzt einmal nicht, wie das ist mit der Elementarreaktion, dadurch, dass ich den Bennett nicht besitze, dadurch, dass meine Sache Rose nicht gelevelt ist und das einfach kein Bild ist für mich, aber damit könnt ihr quasi hohen Single Target Damage rausfahren, ich mag eher dieses, ich gehe auf die Gegnermassen drauf ein und mache da den Damage. Insgesamt hoffe ich sehr, dass das Video euch gefallen hat, wenn ja, das gerne einen Daumen nach oben, da ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Das war es von mir, euer Sonius94. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.